Wenn Sie das mit viel Aufwand die richtige IT-Lösung identifiziert, aber dann starten die Herausforderungen. Wie implementiere ich effizient? Wie betreibe ich die Lösung mit hoher Sicherheit, mit hoher Agilität und unter Einhaltung aller Compliance-Vorgaben? Und wie kann ich Probleme erkennen, bevor sie Auswirkungen haben? Wir können Ihnen zeigen, wie mit der CX Cloud auf der Cisco Connect am 16. März. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.